Moin moin! Willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Kakarot. Wir machen uns auf, gegen Freeza zu kämpfen. Mits und Goku mit den neuen Fähigkeiten. Lass mich gar nicht ablenken hier von den Kleinen. Und fliegen direkt zur Hauptmission. Da ist er. Und da ist Freeza mit seiner finalen Form. Sie hat sich fertig regeneriert und ist bereit für den Kampf. Ausgelöscht. Oh! Oh! Did I not make myself clear before? I've grown tired of your pathetic jokes. He must die by saying hands! Oh, Smile, freeze on! Oh! Okay, Super Kamehameha! Ja, der weich aber ganz schön aus! Super Kamehameha! Aha! Voller Bauch! Auf Abzaunen! Krieg's auf den Arsch! Bruder, bin ich gut ausgewiesen! Nimm das! Das ging auch keine Chance! Kurze Aufladen! Und weiter geht's! Oh, das hat gesessen! Der wird abgeballert! Abgehört! Oh, das hat ganz schön zu tun hier mit Freezer! Oh! Gerade alleine! Ja, der macht über diesen Vollge-Energie-Strahl! Anstatt dem Kamehameha, weil der weich der M.O. ist! Oh! Der hat mir ganz schön gegeben! Regenerier! Das hat meinen ganzen Block gekostet! Ach, scheiße! Ist das schnell! Der lässt sich nicht mal davon aus der Bahn behaupten! Ich block, was ich kann! Ich block, was ich kann! In die Fresse! Aber es war nicht ohne! Da hab ich kein schönes zu tun gehabt gegen den! Wir werden die zwanzigfache machen! Ich kann mich nicht mehr auf die Fresse! 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 Aber ich muss es versuchen! Zwanzigfache hier oben! Das haben wir erst mit einer Hand blockt! Energie aufgebraucht! Ladet euch auf! Wir brauchen die Energie! Es ging auch schnell her! Oh, oh! Jetzt hat er was gesehen im Wasser! Stay here! No matter what happens, do not leave this spot! Piccolo, helfe! You're finished! Oh! In Nacken! Piccolo! Piccolo! Hurry up and finish that spirit bomb already! I will reduce you! And this entire planet to nothing but ashes! Alright! It's done! Release it! Lose kids! Woah! No! No! I... 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 Will... Der hätte einfach wegfliegen können! We... Defeated! Like... This! Hohoho! Und... You're now? It's Freeza! Ste... Piccolo! You worlds! I'm going to eradicate every last one of you! NICHKELIN! Now! Let him go, Freeza! Und jetzt für den kleinen Brat. Nein, du bist du! Du wachst für das! Was? Der legendäre Super Saiyan-Gin. Das ist ausgelöscht! Super Saiyan-Gin-Power! Auf die Presse! Keiner! Keine Chance! Super! Kamehameha! Dann hau ich eben noch mal ne Genki-Dama drauf! Auf die Fresse! Nö, vergiss es! Boah! Das hat gesessen! Das war keine Chance! Das ist viel zu schwach, Freezer! Auf die Fresse! Jetzt mach ich dich fertig! Und jetzt... Auf die Fresse! Kamehameha! Kamehameha! Der Arsch! Der Arsch! Kamehameha! 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 Und das? Die Fresse! Was ist das? Das ist ja nicht richtig! Was hast du fertig gemacht? Für Krillin! Das ist doch keine Chance. Ab her! Auf die Schnalze! Was ist das denn? Kamehameha! Gar keine Chance, du Sack! Für Krillin, mach ich dich fertig! Was ist das? Oh, den hab ich... Oh, den hab ich weggeschleuert! Wo ist das? Ah, wir blocken mal, ja... Oh, Frisbee! Gekidama! Gekidama! Kamehameha! Ausweichen! Ausweichen! Ausgewischen! Und auf die Fresse! Ja, den du auf den Sack kriegst! Das ist ja ausweich! Ich bin fertig. Du bist fertig? Ja. Der Kampf ist vorbei. Es ist kein Punkt mehr. Ich kann sagen, du bist gefährlich. Ich muss dich nicht mehr verletzen. Du wirst mich nicht verletzen. Ich werde nicht leben. Aber, dass auf den alten Trick reingefallen ist. Ich werde nicht vorab fallen. Hohohohohoho. Hör. 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 Halber Frieser. Hör. Hör. Wie kann es das sein? Hör. Ich teine, dich. Hör. 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 nicht verdient die miese hatte noch bestehend nicht so dumm das ding ist schrott so ist es von einem anderen habe ich ja noch bei bulma ganzer planet Die Zeit hat vorgebracht, bevor der Grandelder Guru wieder zurückgebracht hat. Die Mechian-Dragon-Balls waren nur die Möglichkeit von einer Person zu retten. Sie konnten diejenigen, die mehrere Mal sterben. Auf ihren Willen zu bringen, um Go-Ku und Krillin zurück zu bringen, alle bekommen einige Schocken Nachrichten. So ist das. So ist das. Um Krillin zurückzukehren zu werden, auf dem jetzt zerstörten Namek, seine Seele zurückzukehren wurde mit dem ersten Willen zurückzukehren. Und dann mit dem zweiten Willen zurückzukehren. Nichts brauchen noch Goku zurückzukehren. Der nächste Schritt zurückzukehren war Yamcha, whom jeder war mehr als glücklich zu sehen. Dann hat er noch 130 Tage übergebracht. Und zwei von den drei Willen wurden die liebten Chaotzu und Tien zurückzukehren. Dann, mit dem dritten und finalen Willen, wurden die Namekians auf eine neue Planete transportiert. Mit ihren legendären Dragon Balls. Die sind alle belebt, außer so ein Goku. Hey, it's me, Goku. What's that now? You're telling me, Frieza's alive? And right now he's making his way to Earth with his father? They're probably gonna do something awful while I'm not there, aren't they? Wahrscheinlich. You're not gonna get away with this, Frieza. Hm? Who are you? Stay tuned for the next episode of Dragon Ball Z. The fight for the future against the android terror. You don't wanna miss it. Auf keinen Fall. Das wird spannend. Tja, Freunde. Das war's für heute mit Kakarot. Bevor ich hier weiter mache. Ist auch ein guter Abschluss. Freezer wurde besiegt. Alle wurden wiederbelebt. Das soll's für heute gewesen sein. Lasst gern ein Like, Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt von Kakarot. Bleibt auf jeden Fall dran, um die Cell-Saga und die Cybox nicht zu verpassen. Geht weiter. Bis dahin, einen spannenden Tag. Mach's gut bis zum nächsten Mal. Ciao.